Nachdenkseiten Die kritische Website Stimmen aus der Ukraine Linken Oppositionellen drohen Gefängnis und Tod Ein Artikel von Maxim Goldab Die Ukraine galt lange Zeit als das freieste Land im postsovjetischen Raum. Noch vor zehn Jahren waren politische Parteien und öffentliche Organisationen aller Richtungen, eine Vielzahl von Medien in unserem Land, freitätig. Und Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten übten offen und furchtlos Kritik an den Behörden. Jeder Versuch, Kritik der Behörden an ihrer Tätigkeit zu verhindern, führte zu einem großen Skandal. Und es gab nur sehr wenige solcher Versuche. Doch seit dem Euromaidan von 2014 hat sich alles dramatisch verändert. Das rechtsgerichtete oligarchische Regime, das mit einer nationalistischen Ideologie an die Macht kam, begann, seine Gegner massiv zu verfolgen und setzt dabei auch terroristische Methoden ein. Bis heute. Das tragischste Beispiel dafür, dass das herrschende Regime in Kiew seine ideologischen Gegner nicht nur verfolgt, sondern ermordet hat, ereignete sich am 2. Mai 2014 in Odessa, als militante Nationalisten mit voller Duldung und Unterstützung der Behörden antifaschistische Aktivisten im Gebäude des Hauses der Gewerkschaften blockierten und das Gebäude in Brand setzten. Insgesamt starben damals mehr als 40 Menschen, darunter Vadim Papura, ein Mitglied des Komsomol, des Kommunistischen Jugendverbandes, sowie Andrei Brazewski, ein Mitglied der linken Organisation Borotba. Für dieses Verbrechen wurde nie jemand bestraft, obwohl die Beteiligten auf zahlreichen Fotos und Videos festgehalten wurden. Darüber hinaus wurde einer der Organisatoren dieses Massakers später Sprecher des ukrainischen Parlamentes und der zweite wurde Abgeordneter auf den Listen der Partei des ehemaligen Präsidenten Poroschenko. Verfolgung und Ermordung von linken Politikern und Journalisten Auch die Mörder einer Reihe bekannter Oppositionspolitiker und Journalisten, die seit 2014 ums Leben gekommen sind, wurden nicht bestraft. Die ehemalige Abgeordnete der Sozialistischen Partei der Ukraine, Valentina Semenzyksemsenenko, war ein als Selbstmord getarnter Mord am 27. August 2014. Der ehemalige Abgeordnete und Organisator Oppositioneller Aktionen, Oleg Kalaschnikow, wurde am 15. April 2015 ermordet. Der bekannte Schriftsteller und antifaschistische Publizist, Oles Busina, wurde am 16. April 2015 ermordet. Und viele, viele andere. Die Aktivitäten der damals größten linken Partei des Landes, der Kommunistischen Partei der Ukraine, wurde verboten. Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren oppositionelle Politiker, Journalisten und Aktivisten, von denen viele linksorientiert sind, geschlagen, verhaftet und unter dem Vorwurf des Hochverrates und anderer offenkundig politischer Anschuldigungen inhaftiert. Dies geschah insbesondere mit den Journalisten Vasily Morawiecki, Dimitri Vasilec, Pavel Volkov, dem Menschenrechtsaktivisten Ruslan Kurzaber und anderen. Es ist bezeichnend, dass diese Anschuldigungen vor den Gerichten selbst unter dem Druck der Behörden in der Regel in sich zusammenfielen und sich als völlig unhaltbar erwiesen. Mit jedem Jahr hat sich die Situation weiter verschärft, insbesondere nachdem Wladimir Zelensky Präsident der Ukraine wurde. Der formale Grund für die vollständige Beseitigung der Reste bürgerlicher Freiheiten und den Beginn offener politischer Repressionen war der militärische Konflikt in der Ukraine, der im Februar 2022 begann. Verbot aller linken Oppositionsparteien Alle Oppositionsparteien in der Ukraine, die meisten davon linke Parteien, einschließlich der von mir geleiteten Partei Union der linken Kräfte für einen neuen Sozialismus, wurden unter dem fabrizierten und kopierten Vorwurf, pro-russisch zu sein, verboten. Gleichzeitig vertrat der einzige Abgeordnete des ukrainischen Parlaments, Alexej Kowalyev, der offen in den von Russland geschaffenen Behörden auf dem Territorium der Ukraine arbeitete, die Partei vom Präsident Zelensky, Diener des Volkes. Darüber hinaus wurde die Regierungspartei während des gesamten Krieges von hochkarätigen Korruptionsskandalen erschüttert, die die Autorität der Behörden in den Augen der Bevölkerung untergraben und die Reste der ukrainischen Autorität in den Augen der Weltgemeinschaft katastrophal zerstören. Unter anderem der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes Kirillot Timoschenko, Verteidigungsminister Alexej Reznikov und sein Stellvertreter Vachyslav Shapovalov, der stellvertretende Minister für Gemeinden, Territorien und Infrastrukturentwicklung Vasilij Ložinski, der Vorstandsvorsitzende von Naftugas Ukraini Andrei Kobolev, der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnepropetrovsk, Valentin Reznikenko und viele andere. Obwohl gerade diese Aktivitäten der Regierungspartei eine direkte Bedrohung für die Sicherheit und die Existenz des Landes darstellen, wurden sie aus irgendeinem Grund noch nicht von den Behörden verboten. Der Sicherheitsdienst der Ukraine, SBU, nahm unter dem Vorwurf des Hochverrates eine Reihe von Meinungsführern und Journalisten fest, die sich vor dem Krieg in den Medien mit Kommentaren zu Wort gemeldet und die Regierung kritisiert hatten. Sie alle wurden der Förderung einer pro-russischen Position des Hochverrates, der Spionage, der Propaganda usw. beschuldigt. Im Februar und März 2022 wurden bekannte Blogger und Journalisten unter dem Vorwurf des Hochverrates festgenommen und in Untersuchungshaftanstalten den SIZOs untergebracht. Darunter Dmitry Csangirov, ein Anhänger linker Ansichten, der mit unserer Partei zusammenarbeitete. Jan Taksiu, ein Anhänger linker Ansichten. Dmitri Marunitsch, Mikhail Pogrebinski, Jurid Gatschew und so weiter. Der Grund für ihre Inhaftierung war keineswegs flüchtiger Verrat, sondern die Angst der Behörden vor ihrer öffentlichen Position, die nicht mit der offiziellen übereinstimmte. Im März 2022 verschwand der Historiker Alexander Karevin, der für seine aktive Bürgerschaft bekannt ist, spurlos nachdem Beamte des SBU sein Haus besucht hatten. Karevin hatte das Vorgehen der ukrainischen Behörden im Bereich der Geisteswissenschaften, der Sprachenpolitik und der Politik des historischen Gedächtnisses wiederholt scharf kritisiert. Im Februar 2023 wurde Dmitry Csangirov, ein orthodoxer Publizist und Blogger, in einem Kloster in der Nähe von Kiew festgenommen und in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht. Im März 2022 wurde in Kiew wegen des Verdachtes gemäß Artikel 111 des Strafgesetzbuches, das entspricht Hochverrat, die Rechtsanwältin, Menschenrechtsaktivistin und für ihre antifaschistische Haltung bekannte Olena Breschnaya festgenommen und in Untersuchungshaft genommen, da sie im Dezember 2021 vor dem UN-Sicherheitsrat über die Gesetzlosigkeit in der Ukraine gesprochen hatte. Am 3. März 2022 wurden die linken Aktivisten und antifaschistischen Brüder Alexander und Mikhail Kononowitschi vom SBU in Kiew unter dem Vorwurf der Verletzung von Artikel 109 des ukrainischen Strafgesetzes, das entspricht Handlungen, die auf eine gewaltsame Änderung der verfassungsmäßigen Ordnung oder die Ergreifung der Staatsgewalt abzielen, festgenommen und bis Ende 2022 in einem Untersuchungsgefängnis untergebracht. Dort wurden sie geschlagen und gefoltert. Eine rechtzeitige medizinische Versorgung wurde ihnen verweigert. Im Mai 2022 nahm der SBU und Dnipro den Bruder des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Oleg Tsarev, den ukrainischen Staatsbürger Mikhail Tsarev, unter dem Vorwurf der Destabilisierung der soziopolitischen Lage in der Region fest. Daraufhin wurde er im Dezember 2022 unter dem Vorwurf des Terrorismus zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Am 7. März 2022 verschwanden sechs Aktivisten der Oppositionsorganisation Patrioten für das Leben in Severodonetsk spurlos. Und im Mai 2022 stellte einer der Anführer der Gruppe Azov, Maxim Sorin, ein Foto ihrer Leichen ins Internet und erklärte, sie seien hingerichtet worden und ihre Ermordung stehe im Zusammenhang mit ihrer Position und sei von paramilitärischen Strukturen ausgeführt worden. Am 12. Januar 2023 wurde Sergej Titov, ein halbblinder Behinderter mit einer psychischen Erkrankung und Bewohner von Belaya Serkov festgenommen und in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Er wurde zum Saboteur erklärt. Am 2. März 2023 wurde berichtet, dass er in der Untersuchungshaftanstalt gestorben sei. Seit November 2022 sitzt Dmitry Schimko aus Smilnyski wegen seiner politischen Überzeugungen im Kerker. In der heutigen Ukraine wurden bereits Hunderte von Bürgern strafrechtlich verfolgt, weil sie im Internet politische Inhalte verbreiteten, die die Behörden für verboten hielten. Die Behörden haben den Informationsraum der Ukraine einschließlich des Internets unter strenge Kontrolle gebracht. Persönliche Veröffentlichungen von Bürgern über Fehler an der Front, über Korruption in den Behörden und beim Militär, über Lügen von Beamten werden als Straftaten eingestuft. Solche Personen, aber auch Blogger und Administratoren von Telegram-Kanälen werden von der Polizei und dem Sicherheitsdienst schikaniert. Im Frühjahr diesen Jahres wurden nach Angaben des SBU 26 Telegram-Kanäle blockiert, in denen man sich gegenseitig über die aktuellen Orte für die Verteilung von Mobilisierungsaufrufen informierte. Bei sechs öffentlichen Verwaltern wurden Durchsuchungen durchgeführt und Verdachtsmomente an sie weitergegeben. So wurden öffentliche Seiten blockiert, die in den Regionen Ivanov-Frankivitz, Czerkasi, Vinica, Czernovic, Kiew, Lviv und Odessa betrieben wurden und auf denen mehr als 400.000 Nutzer angemeldet waren. Den öffentlichen Verwaltern drohen zehn Jahre Gefängnis. Im März 2022 wurde der Artikel 436-2 Rechtfertigung, Anerkennung und Leugnung der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine, Verherrlichung ihrer Teilnehmer in das ukrainische Strafgesetzbuch aufgenommen, der sich in Wirklichkeit gegen alle Bürger der Ukraine richtet, die eine von der offiziellen politischen Position abweichende Meinung vertreten. Diese Norm ist so formuliert, dass sie im Wesentlichen eine Bestrafung für sogenannte Gedankenverbrechen vorsieht. Worte, Sätze, die nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in einem privaten Gespräch, in einem privaten Messenger oder einer SMS-Nachricht am Telefon geäußert werden. In der Tat handelt es sich um einen Eingriff in die Privatsphäre der Bürger, in ihre Gedanken. Dies wurde in der Tat durch die Praxis ihrer Strafverfolgungsbehörden bestätigt. Für Urteilungen, für Likes, private Telefongespräche und so weiter. Für einfache Gespräche auf der Straße und Likes im Internet unter Beiträgen stehen im März 2023 380 Urteile im Register der Gerichtsentscheidungen, darunter auch solche mit realen Haftstrafen. So wurde im Juni 2022 in Dnipro ein Einwohner von Mariupol zu fünf Jahren Gefängnis mit einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt, der im März 2022 behauptet hatte, der Beschuss der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur in Mariupol sei von Soldaten der Streitkräfte der Ukraine APU durchgeführt worden. Ein weiteres Urteil, das auf den Ergebnissen eines Telefongespräches vom März 2023 beruht, wurde gegen einen Einwohner von Odessa verhängt, der wegen unpatriotischer und staatsfeindlicher Gespräche über ein Mobiltelefon zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wurde. Eine Einwohnerin des Dorfes Mali-Borbrig in der Region Sumi, die im April 2022 in der Nähe ihres Hofes in Anwesenheit von drei Personen das Vorgehen der russischen Behörden gegenüber der Ukraine gebilligt hatte, die ihre Schuld nicht zugab, wurde gemäß Teil 1 des Artikels 436-2 des Strafgesetzbuches im Juni 2022 zu einer tatsächlichen Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Mindestens 25 Ukrainer wurden wegen anti-ukrainischer Aktivitäten in sozialen Medien verurteilt. 19 Personen wurden von Strafverfolgungsbeamten in den im Land gesperrten Otno Klasniki gefunden. Den Ermittlungen zufolge verbreiteten diese Einwohner der Ukraine Z-Symbole und russische Flaggen auf ihren Seiten und bezeichneten die Invasion als Befreiung. Verurteilt wurden auch diejenigen, die solche Veröffentlichungen nicht verbreitet, sondern nur geliked hatten, also ihre Zustimmung in sozialen Netzwerken geäußert hatten. Zumindestens in den Texten von zwei Urteilen heißt es, dass die sogenannten Likes das Ziel hatten, einem breiten Personenkreis die Idee zu vermitteln, die Grenzen des ukrainischen Territoriums zu verändern und die bewaffnete Aggression der russischen Föderation zu rechtfertigen. Die Begründung der Ermittler lautete, dass persönliche Seiten offen zugänglich sind und gelikte Veröffentlichungen von vielen Menschen gesehen werden können. So wurde im Mai 2022 in Uman eine Rentnerin zu zwei Jahren Gefängnis mit einem Jahr Bewährungszeit verurteilt, weil sie aufgrund der Ablehnung der derzeitigen ukrainischen Behörden im Internetnetzwerk Otnoklasniki die sogenannten Likes, also Markierungen Gefällt mir, zu einer Reihe von Veröffentlichungen gesetzt hatte, die die bewaffnete Aggression der russischen Föderation gegen die Ukraine rechtfertigen. Krementschuk wurde im Mai 2022 gemäß Artikel 436-2 des ukrainischen Strafgesetzbuches ein ukrainischer Staatsbürger verurteilt, der unter einem Spitznamen im Otnoklasniki über die Nazis in der Ukraine und die Entwicklung von biologischen Waffen, die vom Pentagon finanziert werden, gesprochen hatte. Die Repressionen, mit denen die derzeitige Regierung gegen Andersdenkende vorgeht, haben die Ukraine in den unfreiesten Staat Europas verwandelt. In einen Staat, in dem jeder, der es wagt, sich den Behörden, der Oligarchie, dem Nationalismus und dem Neonazismus zu widersetzen, seine Freiheit und oft auch sein Leben riskiert. Wir bitten Sie, diese Informationen so weit wie möglich zu verbreiten, denn in der gegenwärtigen Situation kann nur eine breite internationale Bekanntmachung der in diesem Artikel dargelegten Fakten dazu beitragen, Tausende von Menschen zu retten, deren Freiheit und Leben in der Ukraine nun wirklich bedroht sind. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.